Oh, 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 ähm, ist schon wie, äh, warum ist schon wieder Nacht? Ah, hallo, ja, was ist, äh, Detlef, äh, nicht Detlef, nicht Detlef, hör auf, ihr wenig Leben. Oh, warte, das sind meine Sachen. Okay, ähm, hallo, was ist, äh, Dings, Großer Franzl, okay, das sind immer noch die, warum haben wir wieder geschlafen, ist schon wieder Nacht? By the way, wer die Folge vorhin nicht gesehen hat, da waren wir in so einem Friedhof und da sind wir irgendwie gestorben, da sind wir wieder aufgestanden, ich weiß es aber nicht. Ähm, ja, was ist, Großer Franzl, ähm, was willst du? Oh, oh, ähm, ist irgendwas leer? Da ist schon wieder Nacht und alles, ist wirklich, wie, oder so? Was willst du? Ist da vorhin eigentlich irgendwas? Ich glaube, da wohnt auch noch einer. Ja, was ist dann? Oh, schla, schlafen? Oh, oh, ich glaube, der würde, dass ich wieder schlafen gehe. Was ist? Oh, ja, schon wieder irgendwelche Geräusche. Haha, Detlef Klo. Ah, Detlef ist ein Klo. Ja, also gehst du da rein jetzt, so? Nee, derjenige, nee, derjenige. Achso, gehst du da rein? Nein. Achso, stimmt ja, keinige. Oh, warte mal kurz, äh, 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 großer Franzl. Det, wo ist der Detlef im Klo? Ich muss keinem Detlef helfen. Wo ist der Detlef? Oh, na, Detlef. Haha, geht Detlef. Haha, warum? Indoor Pool. Was für ihn da, Detlef macht das weg, gehst du sofort, das ist echt, Detlef, das ist echt graslich. Zitronensaft. Was soll Zitronensaft? Mach das weg, Detlef, ich will da nicht reinstecken. Okay, da muss ich halt reinstecken. Ah, das ist so komisch. Detlef, bitte mach das weg. Haha, ich brauche jetzt einfach den Kübis da. Kann ich überhaupt da bauen, ja? Ah, okay, weg ist er. Äh, neuer Freund im Schlafzimmer? Neuer Freund im Schlafzimmer? Mit Bewohner. Mit Bewohner? Äh, hallo? Neuer Freund im Schlafzimmer? Mit Bewohner, Detlef? Oh. Warte mal. Geist, bist das du? Äh, hallo? Warte mal, ist er jetzt rausgegangen bei mir? Weil es Tierofen kommt da? Geist? Äh, okay ist er. Äh, warum soll ich schlafen gehen? Äh, ich will ja irgendwie, ich kann nicht mehr schlafen und... Oh, hallo? Oh, oh. Oh, oh. War das der eine? Oh, oh. Ich geh weg. Tschüss, tschüss, tschüss. Das war's, das war's, das war's. Ich geh weg. Ähm, ich steck jetzt fest. Oh, na, 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 na. Steht was auch? Ja, nice. Okay. Ähm, ja, ich geh ja schon mit. Ähm. Okay. Ähm. Warte mal. Ich glaube, wir können mal zum Bankkonto-Typ rum. Ja, wenn... Können wir da gleich runtergehen? So, bei vorigen Folgen... Habt ihr nämlich relativ viele Likes geschafft. Und deswegen gehen wir da heute runter bei dem Dings. Und da ist irgendwie auch schon offen. Ähm. Ich weiß nicht. Ich glaube, da geht's auch runter zu Kannelsationen. Komm mal mit, schau mal, wo der Bankkonto-Typ da ist. Äh, kommst du mal mit, Franzler? Äh, Bankkonto-Typ, bist du da? Da haben es aber... Ich glaube, es war eine große Spinne vor dem Haus gehabt. Ich weiß nicht, was das ist da, oder? Ich bin ein kleines Haus. Äh, Bankkonto-Typ. Hallo, hallo, hallo. Kommst du auch mit, Franzl? Oder bleibst du eher draußen? Äh, Bankkonto. Ähm. Oh, oh, der ist auch nicht da. Das ist eine Kübse. Ich glaube, das ist Herbstferien oder so. Oh, oh. Also, das bist du. Und wir können ja mal da reinschauen. Da waren wir eigentlich noch gar nicht. Erschießen. Ähm. Hallo? Okay, da ist nichts wirklich drin. Nein, das ist nur Geld. Das liegt da überall noch drum. Oh, da ist Geld. Ich lasse lieber da noch nicht, dass er uns sieht, dass er irgendwie kommt oder so. Okay, das ist eine Couch. War ja relativ guter Bude da eigentlich. Warst du auch nicht, wo er hieb inkelt, denke ich. Das ist ja Dings. Oh, na, na. Nie, na. Ne, 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 ne. Na, bisse. Na. Oh. Nichts, aber der merkt das. Und, denkst. Okay, steht er das in der Wohnung. Ähm. Ja, großer Franzl. Was willst du jetzt eigentlich von mir? Ähm. Warum willst du da eigentlich unbedingt da oben gehen? In die Kanalisation, da. Ja, die sind ja nicht eigentlich irgendwie gruselig oder so. Oh, ja, was ist? Okay, ja, ich komme schon. Ich glaube, der Mann irgendwie, ja, äh, wenn ich, wenn ich keine Weiche bin, dann gehe ich halt da oben. Da, da. Schaut nicht so vieles Besprechend aus. Wer geht zuerst? 3, 2, 1. Okay, keiner geht. Okay, ich gehe. Okay, okay, okay. Was ist da unten? Okay. Wuppa. Oh, oh. Bau, bau wieder auf. Bau wieder auf. Ich will nicht. Bau wieder auf, bau wieder auf, bau wieder auf. Bau wieder auf, äh, Franzl. Okay, ähm, anscheinend muss ich jetzt irgendwie runtergehen. Okay, ich habe meine Kerzen immerhin. Mann, mir hat sich das Wasser gerade irgendwie gehen. Okay, da ist eigentlich Wasser platziert worden. Äh, das Wasser hat sich anscheinend irgendwie gendert oder so. Oh, ich habe komisch, ich habe komische Geräusche. Okay, okay, okay. Ich bin da nicht schwimmer, wer war's, was da alles eigentlich. Äh, drinnen, wäre da alles eigentlich was. Drinnen, ist egal, ich muss jetzt einmal eigentlich schwimmer. Ich soll jetzt alle. Oh. Oh, oh, gehen die Fackeln kaputt? Oh, oh, warte mal, wenn ich näher rangehe. Oh, oh. Ich sehe fast gar nichts mehr, ich habe Angst. Was ist da unten? Oh. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Geh weg, geh weg, geh weg. Lauf, lauf, lauf. Was? Lauf. Oh, das heißt nichts gutes. Das ist da. Da geht es, glaube ich, so oben oder so. Und, oh. Wir haben geschlagen. Davon geht es weiter. Aber ich gehe mal den Weg da, oder? Ich kann mich langsam bewegen, da, oder? Okay, da war, glaube ich, der Dings. Oh. Und da sind schon wieder Dings weg. Der ging wieder. Der Fackeln weg, irgendwie. Und das war, glaube ich, das ist da oben, das. Was einbrochen ist. Okay. Okay. Äh. Wer macht den Fackeln weg? Und was ist das? Oh, oh. Was ist das? Ähm. Hallo. Ich will da nicht. Oh, oh. Ich klicke. Wie schluckt der? Warte, ich komme da gar nicht hoch. Ich komme da gar nicht hoch. Okay. Ja. Wer immer mich schluckt, ich gehe schon weg. Ich glaube, der Geist schluckt mich, oder so. Was er immer da oben ist. Ich glaube, ist da irgendwie Ausbruchung, oder so? Ich kann da auf jeden Fall nicht hoch, irgendwie. Kann ich so anbauen? Nein, kann ich nicht. Äh. Ja. Wer immer mich schluckt, ich gehe schon wieder. Äh. So, ähm. Was ist da? Und da sind schon wieder die Fackeln. Oh, oh. Das Neko, die sehe ich immer weniger. Und ich will mich gar nicht umdrehen, mehr oder weniger. Okay. Da geht es irgendwie weiter. Okay. Ist da vorne das wahrscheinlich? Oder? Ist. Oh, oh. Von der Richtung. Oh, ja. Von der Richtung irgendwelche Geräusche. Oh, oh. Ganz, ganz schlecht. Ganz schlecht. Nein, ich glaube, das Ding war da vorne. Okay. Da ist wieder ein Ding. Oh, oh. Schnell. Oh, oh. Ihr habt Angst, ihr habt Angst, ihr habt Angst, ihr habt Angst. Oh, oh. Schnell, schnell, schnell. Da habe ich irgendwo eine Garage. Geh schon mal da. Wann, wir haben das eine Kuchen. Oh, oh. Schnell, da oben. Dahinter bekommen die Geräusche. Wann, wir gehen einmal runter. Oh. Das ist nicht gut. Das ist ein Blut. Oh, oh. Oder ihr Ketchup. Aber ich weiß selber nicht. Vielleicht hat sie mit Ketchup und Mayonnaise gespielt. Was ist da? Oh, oh. Wer ist dies? Wer ist dies? Hilf mir. Hilf mir. Mir soll es zu. Äh. Hallo? Hilf mir. So, ihr da mit was? Oh, oh, oh. Äh. Äh. Warte mal. War das das Kind, vor vorhin erfolgen? Er hat gesagt, wo seine Mama ist und noch eingegangen ist. Oh, oh. Was ist da? Da bringt er Licht. Ich habe es immer noch mal geherzen. Was ist dies? Okay, ich glaube, das sind keine Destinationen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das sind die Dings. Okay, das ist nicht gut. Okay, so. Was ist da? Da ist, glaube ich, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jetzt, wer immer hat mich schluckt, bis das Monster nicht in die Dings eingeschlagen. Was ist da? Oh, hat mich erschreckt. Ah, Skeletz, okay, okay. Ich glaube, das ist so Rohr-Dings, wo die ganze Ableitung irgendwie ein Dings zu uns an. Und, oh, oh, jetzt habe ich die Kerze platziert. Okay, jetzt sind die Kerze wieder. Ich glaube, das ist irgendwie kranken Dings oder so mit Spritzen. Ich was selber nicht. Die sind, glaube ich, böse. Ja, die werden weh. Ich habe fast kein Essen mehr eigentlich. Okay, und sonst ist da, glaube ich, nix. Und da blinkt das noch. Oh, oh, was ist das für Geräusch? Oh. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Ich bin praktisch gerade in der Sackgasse. Ich muss eigentlich durch, okay. Okay, gehen wir mal hier. Hallo? Ist da wer? Ich komme da nicht mehr. Oh, oh. Oh, was war das? Ich komme da nicht mehr hinterher. Oh, oh. Bin ich jetzt gefangen, oder was? Oh, oh, oh. Immer mehr Geräusche. Kann ich da irgendwie durch? Hallo, Geist. Kannst du mal auffahren? Ich will irgendwie weg. Ich will da nicht mehr unten sein. Äh. Hallo? Oh, ich bin stopp, ich bin stopp. Ich bin stopp. Oh, okay, okay, okay. Alles gut, ich kenne dich, ich kenne dich. Du bist ja ohne Brunnen, oder? Oder du bist ja der, der hat Angst, dass ich kommst. Alles gut. Ja, 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 alles gut. Alles gut. Tief, ein und aus matten. Ein und ausatmen. Ein und aus. Ein und aus. Alles gut. Ein und aus. Nein, 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 nein. Ein und ausatmen. Ein und ausatmen. Oh. Ja, ein und ausatmen. Ein und ausatmen. Ja. Oh. Kotz, typ. Ist. Okay. Ist gerade gestorben. Oh, okay, der schon wieder. Okay, alles gut. Alles gut, was willst du? Was willst du? Nein, nein, alles gut. Alles gut, alles gut. Nein, nein, nein. Nichts. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Nein, nein. Ich komm schon. Oh, der ist frei, ist frei, ist frei. Schnell, schnell, renn, 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 renn. Er kommt mal noch, er kommt mal noch, er kommt mal noch. Schnell, schnell. Komm da. Ich glaube, er ist weg. Oh. Der Ding ist so, ich stehe, Dings. Oh, ich glaube, er kommt schon wieder. Der ist irgendwie praktisch wieder. Oh, was hat das? Dings. Oh, komm mit der Garage. Schnell, 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 schnell. Wo kann er aus? Wo kann er aus? Hoffentlich hat der Franzl wieder, der Baby Franzl so, der Dings wieder gemacht. Oh, oh. Hoffentlich hat er denn sein, sein, oh, oh. Sein, sein TTT wieder aufgemacht. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Warte, eben, eben nur Blöcke. Warte, ihr kennt mich raus, Mann. Warte mal. Warte mal, wenn ihr nur wisst, wo das ist. Oh, oh. Schnell, schnell. Der ist irgendwo hinter mir. Warte mal. Oh, hey, irgendwas. Oh, ja, alles gut, alles gut. Nein, 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 nein. Oh, schnell, 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 weg. Weg, 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 weg. Oh, schnell, weg, 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 weg. Warte, aufbaut, warte, aufbaut, der Franzl. Äh, ihr hofft da. Da wegen des Bad oder so. Oh, okay. Boah, boah, der, okay, der hat sich gerade nicht will. Okay, warte. Ja, boop, boop. Okay. Warte, der hat jetzt wieder hochbaut. Weil vielleicht kann ich mich da auch bauen. So, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Oh, auf, komm auf. Geht das? Geht das? Kann ich es aufbauen? Ich glaube, das tut mir zu lange. Egal, ich pass mal auf. Schnell, 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 schnell. Oh, hallo, hallo, Detlef. Kannst du aufbauen? Kannst du aufbauen? Oh, schnell, 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 schnell. Detlef, ich bin eher wenig lieb. Schnell, schnell, schnell. Teleport. Ja, Detlef. Warum ist Detlef? Nein, komm, 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 komm. Alles gut, okay. Okay, äh, okay. Äh, 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 Franz, das ist Detlef. Bitte helfen, bitte helfen, schnell, schnell, schnell. Ja, alles gut. Detlef, oh, okay. Huh, okay. Ich bin erscheint hier jetzt wieder. Okay, ähm, ich gehe da nie wieder, erne. Boah, das war gruselig. Okay, okay, okay. Ihr hofft, ihr hofft, ihr hofft, ihr verfolgt mir jetzt nicht, bis haben oder so. Hoffentlich nicht. Okay, okay, okay. Schön, einfach wieder haben und wieder schlafen, hätte ich gesagt. Ich bin wieder mit, ich will einfach schlafen, ich will nicht immer alles, ich will nehmen. Okay, 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 schön, 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 schön. Die hat so, das war nicht einig, oder? So, ähm, da. Oh, woher bist du? Woher bist du? Oh, oh, okay. Oh, vielleicht gehe ich irgendwo anders schlafen. Oh nein, der ist immer noch da. Okay, äh. Oh, gehe ich schlafen? Wo bin ich schlafen? Okay, ähm, ich, 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 ich weiß, wie, wie ist das Problem? Äh, Vermieter, 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 ich habe vermieten, ich habe vermieten, vermieter, vermieter, vermieter. Ähm, so. Vermieten, vermieten, mieter, mieter, mieter. Ich habe vermieten. Ich habe vermieten, äh, sind sie daheim? Ah, mieten habe ich. Hallo, sind sie daheim? Da bin ich. Sind sie daheim? Hallo? Was wollen sie mitten in der Nacht? Haben wir schon mieter? Oh, ha, okay. Ähm, so, äh, also, ich bin in der Kanalisation gegangen, da waren sehr komische Dinge. Ich habe komische Dinge gehört. Irgendeiner hat mir mein Messer verfolgt, wollte mich töten, nachher ist irgendeiner gestorben. Nein, das schlaube ich nicht. Das glaubst du nicht? Die Mohnung wird nicht gemacht. Die Mohnung wird nicht gemacht. Ihr Möhnung, nimm jetzt mit. Nein, nein, nicht in die Möhnung. Schau, da war ja gerade so ein Typ mit. Das, was für Möbeln? Schau, ich habe... Was ist das? Das ist nicht erlaubt. Das habe ich nicht gemacht, das war einfach da. Das ist, keine Ahnung. Ah, so, was habe ich noch. Äh, was kann ich anbieten? Ich kann auch nicht anbieten als Mieten. Ähm, was ist hier? Das ist nicht erlaubt. Ja, ich weiß es immer nicht. Da, äh, das kann ich noch anbieten. Nein, das ist schon wieder. Ja, schau, sieh, sieh, sieh nicht, sieh nicht, sieh nicht. Sieh nicht, sieh nicht, sieh nicht. Geh weg, geh weg, geh weg. Das ist auch schon schwer, Bub. Wollen wir. Ich glaube nur ich sieh nicht. Eine Kunst. Auf einer Lane. Ich sieh nicht, hallo. Aber mir ist das. Die braucht die Mieten jetzt. Aber mir glaube, nur ich sieh nicht. Warum sieh ich denn? Ich geh jetzt auch schnell schlafen. Ah, nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Alles gut, ich geschlafen. Okay, der ist gut weggegangen. Ich weiß. Okay, ja, das war's. Ich geschlafen schnell. So, Healing. Ah. Ja. Nein, nein, nein. ARD Text im Auftrag von Funk